Ich starte gleich, weil die Zeit ist wertvoll. Wir haben noch ein tolles Opera vor uns, von dem her. Vielleicht, jetzt werden wir das gehört haben, wie läuft es einerseits Electronics Watch, das Modell, das in Kanten Watt angewendet wird, andererseits, was in Deutschland gemacht wird, was ich noch nicht gehört habe, ja, was macht der Bund dazu? Herr Flücke, Sie sind ja auch noch Neuerleiter der Fachgruppe Nachhaltige Beschaffung. Vielleicht können Sie uns einfach mal kurz sagen, was ist das für eine Gruppe und was macht der Bund zum Thema Nachhaltige Beschaffung? Genau, besten Dank. Ich hoffe, man hört mich. Ich hoffe, man hört mich. Besten Dank. Eine sehr interessante Ausführung. Im Zusammenhang mit der Nachhaltigkeit ist der Bund natürlich an der Schwelle mit dem neuen Beschaffungsrecht. Und das Bundesamt für Umwelt und das BBL unterhalten zusammen die Fachgruppe über das ökologische Beschaffungswesen. Und im Zusammenhang mit diesen Tätigkeiten sind wir daran, beispielsweise eine Relevanzmatrix zu erarbeiten für die Beschaffungen der zivilen Welt des Bundes. Also das heisst, wo, in welchen Belangen ist es besonders wichtig, genau hinzuschauen. Also wir sind dort an der Instrumentenerarbeitung. Ein weiteres Element ist der ganze Lebenszyklusweg zu betrachten aus der neuen Optik. Und es geht vor allen Dingen darum, die Prägung dieser Nachhaltigkeit über diese neuen Bestimmungen des neuen revidierten Beschaffungswesens in den Griff zu bekommen. Unter anderem werden wir heute in einem Jahr nach dem BÖB und dem FÖB ein WÖB haben. Also das heisst, das ist die Wissensplattform über das ökologische oder öffentliche Beschaffungswesen, das wir aufschalten wollen. Das heisst, diese drei föderalen Ebenen, Bund, Kantone und Gemeinde, eigentlich befähigen im Sinne einer Austauschplattform, Wissensplattform, wo wir diese generischen Inhalte über diese drei föderalen Ebenen dort verorten wollen. Und dass wir dort entsprechend auch die Anwendungen, die es neu gilt dann umzusetzen, pfleglich austauschen können. Also wir sind im Zusammenhang mit dieser Nachhaltigkeit in einer Schwelle zu einem neuen Zeitlauf. Und es gilt dort jetzt rasch, Klarheit zu tun, auch organisatorisch, wer was macht. Und vielleicht noch abschliessend, wir haben das gehört, die Beschaffung. Wichtig ist eben nicht, dass die Beschaffung dann irgendwann mal eine Aufgabe erhält. Wir haben das gehört, glaube ich, von Herrn Bergmann, sondern im Sinne beispielsweise der Marktanalyse muss das schon sehr früh gemacht werden. Und das Gleiche ist mit der Beschaffung im Sinne der Nachhaltigkeit. Also die Beauftragung, dass ich dem Einkäufer sage, hör mal, da muss dann noch was rein in der Nachhaltigkeit, ist dann ganz sträflich, weil wir das Produkt oder die Idee oder die Lösung, die wir beschaffen wollten, eigentlich gar nie betrachtet haben aus der Sicht des Auftragsgebenden. Also was beschaffe ich überhaupt, was sind die Schnittstellen zu umsystemen und wie gehe ich um und was mache ich am Ende des Lebenszyklus. Das ist von mir aus gesehen eben auch die Aufgabe des Auftragsgebers, mit der Beschaffungsstelle dann die richtige Form zu finden. Vielleicht das zu jetzt und was wir in der Zukunft tun. Also zusammenfassend kann man sagen, es läuft was, das ist doch sehr erfreulich. Ich denke, der Pionier, wie gesagt, zur nachhaltigen Beschaffung ist ganz klar Marc Steiner. Er hat schon vor, keine Ahnung, zehn Jahren oder noch länger dazu was gesagt, als noch niemand viel Ahnung, jedenfalls nicht in der Schweiz hatte. Sie sind auch Experte generell im Beschaffungsrecht. Was wäre denn eigentlich aus Ihrer Sicht möglich? Also als Justizangehöriger halte ich mich mal zurück mit politischen Postulaten. Ich möchte, um Ihnen klarzumachen, Herr Flückiger redet heute ganz anders als diverse seiner Vorgänger vor ein paar Jahren und das hat einen guten Grund. Das Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen vom 21. Juni 2019 ist ein Paradigmenwechsel. Ich kann dieses Wort nicht genug wiederholen, damit es auch wirklich in der Breite ankommt. Warum? Die Economy Suisse hat im April 2015 eine Vernehmlassung eingereicht zum ersten Entwurf und gesagt, unsere Mitgliedschaft ist so heterogen, dass wir nicht genau wissen, was wir fordern wollen. Das Einzige, was wir sicher wissen, ist, dass wir die Nachhaltigkeit, das Gesetzesziel nicht wollen. Das war der Einstieg, oder? Und von dieser Optik her gesehen, müssen Sie verstehen, was in den letzten vier Jahren gelaufen ist und das ist aus meiner Sicht sensationell. Wir haben nicht nur das Gesetzesziel Nachhaltigkeit, sondern wir haben auch den Paradigmenwechsel vom Preis zum Qualitätswettbewerb. Wir haben neu, auch gegen verwaltungsinternen Widerstand, die Umweltschutzgesetzgebung als Mindeststandard, die im bundesrätlichen Entwurf nicht drin war, meine Damen und Herren. Das kam alles in der parlamentarischen Phase dazu. Das heisst, eigentlich hat das Parlament noch einmal draufgesattelt und zwar erheblich zu dem, was der Bundesrat wollte. Und das ist alles sehr erfreulich. Das ist nur darum schwierig, weil das dann den Kompromiss mit den Kantonen wie überrollt hat. Der Bundesrat hat dem Parlament gesagt, haltet euch zurück, weil wir haben einen Deal mit den Kantonen. Wir wollen auf jeden Fall die Harmonisierung und gefährdet die bitte nicht mit legislatorischer Innovation. Und das Parlament hat gesagt, sorry, wir machen den Job, den wir immer machen, nämlich unsere politische Arbeit. Und jetzt ist natürlich die Schwierigkeit die, dass man dem Kanton sagt, hört mal, das, was da gelaufen ist, ist doch gar nicht schlecht. Natürlich ist der Bund vom Deal abgewichen, aber in einer Art, wie es durchaus auch positiv bewertet werden kann. Das mag zunächst kompliziert erscheinen, aber wenn man sieht, wer die Vergaberechtsreform eigentlich gewonnen hat, das sind ja nicht die linken NGOs, meine Damen und Herren. Die haben im Nationalrat bekanntlich keine Mehrheit. Sondern, wer hat die Vergaberechtsreform gewonnen? Die ITler auch nicht, weil die haben eine Verbandslandschaft, die nicht funktioniert, oder? Aber wer hat es geschafft... Das kann ich voll nicht stehen lassen, aber ja, machen wir rein. Aber wer hat es wirklich geschafft, die Agenda dieser Vergaberechtsreform vor sich herzutragen, meine Damen und Herren? Das war die Baulobby, Bauenschweiz, Baumeisterverband, Infrastrukturverband, Ingenieure, Architekten, Holz, Üsig, Textilindustrie und Zementindustrie, meine Damen und Herren. Also, die alle zusammen haben Werkplatz Schweiz, Qualität, Nachhaltigkeit, Innovation, das ist die Begriffstrias, die neu, die Grundwerte des öffentlichen Einkaufs sind. Die haben das durchgesetzt. Und jetzt kommt die spannende Pointe. Wer macht denn die kantonale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen? Die Baudirektoren, meine Damen und Herren. Und wen wollen die vor allem für sich günstig gestimmt sehen, meine Damen und Herren? Die Baulobby, genau. Und das sind genau die, die die Progression auf Bundesebene ermöglicht haben. Jetzt sage ich den Leuten auf dem Kanton, es kann doch nicht sein, dass ihr, Baudirektoren, das Gegenteil wollt, was die Baulobby wollte. Das müsstet ihr dann einigermassen ausführlich begründen. So gesehen sind wir heute an einem völlig anderen Ort. Und darum erleben wir heute eine Dynamik, die für schweizerische Verhältnisse geradezu als ungewöhnlich bezeichnet werden darf. Das vielleicht als Einstieg. Sehr gut. Ganz vielen Dank für Ihren Kommentar. Sie kriegen tausenden Applaus. Tausenden Applaus. Vielen Dank auch für Ihr Engagement. Vielleicht jetzt nochmal zurück, ganz konkret, wie wird jetzt das umgesetzt? Wir haben jetzt in der Schweiz, das geht zwar noch etwa anderthalb Jahre, wenn es gut kommt, aber bei den Kantonen nochmal zwei Jahre. Jetzt in Deutschland ist es schon aktiv, das ganze Gesetz, seit vier, fünf Jahren. Sie haben jetzt auch gerade mir gezeigt, diese Woche gab es einen spannenden Zuschlag. Können Sie uns dazu was sagen, zu den fairen Telefonen in Deutschland? Ja, das ist total spannend, dass das auf so einen Widerhalt stößt. Ja, also tatsächlich, wir haben in Deutschland auch eine große Bewegung. Und ganz ehrlich, ich bin aus der Ecke, die das nie zufriedenstellend sehen wird, wie weit wir umgesetzt haben. Ja, also auch in Deutschland haben wir noch ernst gemeinte Themen und Baustellen. Aber etwas, was wir ebenfalls vor fünf Jahren noch nicht gesehen hätten, ist etwas, wozu das Beschaffungsamt des BMI jetzt eine Pressemitteilung rausgegeben hat. Nämlich haben wir 2000 faire Phones ausgeschrieben, beziehungsweise fair produzierte Phones. Sie wissen alle, es gibt zwei verschiedene Anbieter. Den Rest können Sie gerne, wenn Sie googeln, Shift Phone Beschaffungsamt, dann auch sehen. Und diese Bewegung ist bei uns in Deutschland eben auch ganz neu. Das Tolle ist, wir beschaffen ja für Bedarfsträger. Und genauso wie hier, genauso wie in jedem anderen Land auch. Es gibt immer den einen, der sagt, ich will haben und den anderen, der das Verfahren führt. Oft genug sind beide in einer Person, oft genug sind sie aber auch getrennt. Und das Interessante ist, dass eine solche Ausschreibung wie die, die die Kollegen jetzt gerade bezuschlagt haben, nur deswegen möglich ist, weil es einen Bedarf gibt. Das heißt, es gibt in der bundesdeutschen Regierung ungefähr 2000 Personen, die gesagt haben, ich will sowas haben. Und das ist eine Bewegung, wo ich mir absolut sicher bin, dass die steigen wird. Und die Beschaffenden haben ein Eigeninteresse daran, Nachhaltigkeitskriterien in die Verfahren mit einzubringen. Wenn die Bedarfsträger mit ihrem Bedarf auf die Beschaffenden zukommen und das so zunimmt, wie wir das im Moment sehen, dann ist das eine Bewegung, die sich nicht mehr aufhalten lassen wird. Sehr spannend. Also vielleicht mal eine Frage in die Runde. Wer von Ihnen könnte sich vorstellen, so faire Telefone, Smartphones zu beschaffen? Sie sind ja viele Beschaffungsstellen hier. Gibt es da durchaus ein paar Hände? Nicht mehr? Okay. Ist schon eins vorhanden? Ja, ich meine natürlich für die öffentliche Hand. Okay, also vielleicht sind wir da noch ein bisschen zögerlicher als die Deutschen. Aber ich denke, mit der gesetzlichen Grundlage, denke ich, ist ein gutes Fundament gelegt. Bevor wir die Runde öffnen, ganz kurz noch eine Frage an Peter Pavlicki. Sie sind ja, wie gesagt, eben schon mit den Schweizer in Kontakt mit den Wattländern. Ich habe vorhin auf unsere Teleprocure-Plattform geschaut. Das sind jetzt, glaube ich, drei Ausschreibungen, wo Electronics Watch namentlich genannt ist. Kennen Sie noch weitere? Also es sind welche in Vorbereitung. Das ist jetzt gerade zum Beispiel, was wir gestern mit der Valerie aus dem Kanton Watt besprochen haben. Es ist natürlich, wenn man sich jetzt die Vertragsbedingungen von Electronics Watch zum Beispiel anguckt, ist das jetzt für den normalen Beschaffer, der zum Großteil eine IT-Expertin ist, eine Riesenherausforderung. Da fehlt die juristische Beratung. Was mache ich denn da überhaupt? Und da hat sich die Valerie einfach eine Möglichkeit überlegt. Valerie? Valerie Bronchi. Ja, voll. Kanton Watt. Okay. Oder? Ja. Genau, ich bringe das immer durcheinander. Und die hat sich einfach die Sache überlegt, wie können wir die Stufe kleiner machen? Wie können wir das sozusagen eindampfen, dass die juristische Nicht-Expertin das auch benutzen kann? Und dass wir sozusagen den ersten Schritt gehen und im zweiten Schritt in der nächsten Ausschreibung dann das Volle machen wollen. Das Problem, was wir einfach haben, ist, dass diese Ausschreibungen so lang sind. Also diese Verträge dauern dann lange. Also wir haben zum Teil Mitglieder, die Mitglied geworden sind und wo wir wissen, in drei Jahren können die ihre Vertragsbedingungen verändern. Okay. Was aber nicht heißt, dass man nicht aktiv werden kann. Also wir sehen gerade in Schottland, die sind auch sehr aktiv und die haben Rahmenverträge, die bis zu sieben Jahren dauern. Man kann als großer Kunde durchaus Fragen stellen, die nicht vertraglich abgesichert sind. Man hat ja also die quartalsmäßigen Gespräche, da kann man auf unsere Informationen zurückgreifen und fragen, hier Marken, Firma XY, was läuft denn bei euch da in der Fahrfabrik? Wenn man groß genug ist, Einkaufskonsortien sind das ja, dann kriegt man auch eine Antwort. Weil der Druck einfach da ist. Sehr spannend. Vielleicht noch eine blöde Frage. Wir reden ja jetzt immer von Hardware, also von den Produktionen irgendwo in China, in Mexiko, haben wir gesehen. Wie ist es mit den Dienstleistungen? Also wir haben jetzt auch immer mehr ausländische Anbieter, die aus Griechenland oder anderen, vielleicht eher europäischen Ländern auch verdienen. Also was sind dort die Arbeitsbedingungen? Ja, das tut mir selbst sehr weh immer, weil wir fokussieren wirklich auf Hardware. Im Softwarebereich und im Dienstleistungsbereich haben wir genau die gleichen Probleme. Das sind dann zwar, wie das so schön heißt im arbeitssoziologischen Jargon, White-Collar-Worker. Also es sind Angestellte, die im Büro arbeiten. Aber wenn Sie sich jetzt ein Shared-Service-Center in Bulgarien angucken, das ist zwar EU, ja, aber da gibt es große Probleme. Also die Standardprobleme, zu lange Arbeitszeiten, zu niedrige Löhne, keine Gewerkschaftsgründung. Da gibt es ein Riesenproblem, da können wir aber aktuell noch nicht ran. Wir werden da aber natürlich getrieben von unseren Mitgliedern, weil diese Everything-as-a-Service-Geschichte wird immer stärker, auch in der öffentlichen Beschaffung. Und dann müssen wir da natürlich hinkommen. Da müssen wir auch sagen, was heißt denn das eigentlich? Okay. Möchtest du noch kurz? Ja, vielleicht weniger zu dieser Thematik, als vielmehr von der Art, wie wir arbeiten. Also wir haben, wenn ich jetzt zwei Sachen übernehme im Zusammenhang mit der Umsetzung, was machen wir in der Nachhaltigkeit. Einerseits gibt es Situationen, wo wir das als Beschaffungsamt selber der Auftraggeber sind, also Publikationen oder Büromaterial, dort können wir selber Sachen machen. Dort haben wir beispielsweise die Strategie gefahren und haben die Ämter überzeugt, dass man Digital First oder Only Digital macht, also nicht mehr gedruckt. Und wir können sechs Millionen Franken sparen, also dass wir dort etwas machen. Wir haben aber jetzt auch gerade vom Parlament, Bundesrat, den Auftrag erhalten, quasi ein ökologisches Paket zu schnüren. Also das heisst beispielsweise auf den Bundesbauten Solarpanels überall aufzustellen oder beispielsweise bei den Bundesämtern entsprechende Ladestationen für elektronische Fahrzeuge zu installieren. Also das heisst, das ist die Wechselwirkung, was können wir erarbeiten, was ist der Auftraggeber, der uns beauftragt und allenfalls, wo kommen die Innovationen her von aussen, von der Wirtschaft oder eben beispielsweise vom Auftraggeber. Okay, also es geht auch was in der Eidgenossenschaft, trotz des Gesetzes, das noch nicht da ist. Das ist doch schon mal zuversichtlich. Ich schlage vor, ich hätte noch ganz viele Fragen. Wir öffnen mal die Runde und fragen mal ins Publikum das Thema nachhaltige Beschaffung. Vielleicht hat jemand von Ihnen schon Erfahrung mit Nachhaltigkeitskriterien in Beschaffungsprozessen. Vielleicht haben Sie Fragen an die Experten, vielleicht auch einfach einen Kommentar, was man noch tun sollte oder müsste. Jetzt ist die Gelegenheit da. Sowohl Bundesverwaltung, wir haben Gericht haben wir da, wir haben NGO da, wir haben Deutschland da, alles ist da. Ich freue mich, dass Nachhaltigkeit ein Thema wird. Ich glaube, Klimaziele sind angesagt. Greta Thunberg ist mit dem Segelboot in Manhattan angekommen. Und vielleicht haben wir gemerkt, dass wir etwas tun müssen. Die Wälder brennen, der Amazonas, irgendwo sonst. Es ist trocken, wir haben kein Wasser, auch in Griechenland und so weiter. Auch in Deutschland brennt es, habe ich gehört. Es war besonders heiss in Frankreich. So, wie kriegen wir diese Nachhaltigkeitsziele umgemünzt in unsere Produkte und Dienstleistungen? Gut, das ist schon mal ganz konkrete Frage. Das ist der Schlüssel zur Anwendung des neuen Gesetzes. Das Gesetz ist so gemacht, dass es wenige Mindeststandards setzt und viele Spielräume öffnet. Das heisst, es sind wenige Vorgaben zwingend. Das heisst, wenn wir trotzdem das Game-Changer-Erlebnis haben wollen, dann müssen wir die Vergabekultur ansprechen. Die Vergabekultur hat verschiedene Elemente, nämlich erstens den Paradigmenwechsel zum Qualitätswettbewerb. Das ist sicher der wichtigste, weil ohne Qualitätswettbewerb gibt es weder Innovation noch Nachhaltigkeit. Das scheint mir klar. Und jetzt kommen aber sonstige vergabekulturelle Aspekte dazu, die wir auch noch berücksichtigen müssen. Weil wir vermehrt Governance-Probleme gehabt haben und Bestechungsprobleme, gibt es eine Neigung dazu, dass die Verwaltung risikoavers handelt. Das heisst, eine Beschaffungsentscheidung wird eine Kette von sogenannten Cover-My-Ass-Decisions. Und wenn ich die Beschaffung zu einer Kette von Cover-My-Ass-Decisions mache, dann nutze ich den Spielraum nicht. Und wenn die Leute in einem Anreizsystem leben, wo sie die Spielräume nicht nützen, dann wird das neue Gesetz seinen Zweck nicht erfüllen. Das heisst, wir können das Gesetz nur umsetzen, wenn wir über Beschaffungskultur reden und den Leuten klar machen, dass Qualitätswettbewerb nicht nur heisst, dem Anbieter anständige Preise für bessere Qualität zu zahlen, sondern wir müssen dann in der Verwaltung zur Definition der Nachfrage quantitativ und qualitativ genügend smarte Leute haben, die die Nachfrage richtig definieren. Wenn wir das nicht machen, funktioniert die ganze Geschichte nicht. Das heisst, ich habe den Wirtschaftsverbänden gesagt, wenn ihr denkt, dass die Lobbyarbeit jetzt mit der Verabschiedung des Gesetzes aufhört, habt ihr etwas grundsätzlich falsch gemacht. Die fängt jetzt erst an. Die Geschichte beginnt jetzt erst spannend zu werden. Und die Geschichte ist dann zu Ende, wenn die Nachhaltigkeitsstrategie des Bundesrates nicht mehr vom Amt für Raumplanung verantwortet wird, sondern von der Bundeskanzlei, wo sie hingehört. Die Geschichte ist dann zu Ende, meine Damen und Herren, wenn es im Bundesamt für Bauten und Logistik eine Stelle gibt, die die Funktion wahrnimmt, die Ilse Benecke hat. Also eine Ilse Benecke mit sechs Mitarbeiterinnen, Profil Nathalie Clausen, BBL, die wirklich Nachhaltigkeit umsetzen wollen. Und vom Bafu aus wird das nicht funktionieren. Das muss eine Beschaffungsnachhaltigkeitsstelle im BBL selber sein. Und dann geht es ins Mainstreaming. Und nur dann, meine Damen und Herren. Ja, also vielleicht ganz kurz, wenn wir beim BBL sind und das BBL schon vor uns haben. Wie ist es? Was sagen Sie dazu? Ja, wir haben das gehört, die Vergabekultur, die Prägung, das ist ganz interessant, Ihre Intention. Wenn ich die Beschaffung nehme und sage, ich nehme dieses Klimapaket, das wir jetzt umsetzen, Flugkilometer, dann geht an die Beschaffung folgender Auftrag. Hey, hör mal, schau mir, dass wir möglichst günstige Flüge erhalten und schau mir, dass wir irgendwo ein Klimazertifikat haben. Und das ist genau das, was falsch ist. Der Einkäufer ist dann zurückgebunden auf die nicht intellektuelle Aufgabe zu schauen, was kann ich noch günstiger machen. In diesem Klimapaket ist klar, die Vorgabe drin, hey, hört auf, so viel zu fliegen und schaut, wie wir mit Skype oder anderen Instrumenten diese Sache in den Griff kriegen. Und das geht in diese Richtung. Das fängt eben eigentlich bei Ihnen, bei mir an, was habe ich für Kleider an oder wie telefoniere ich mit einem Fährtelefon oder wie auch immer. Also das heisst, die Prägung dieser Nachhaltigkeit muss von uns aus oder vom Auftraggeber kommen und nur so schaffen wir den Change. Also die Bedarfe letztlich angepasst werden. Ich hätte noch zwei Punkte auf Ihre Frage. Der erste Punkt ist Fortbildung, Fortbildung, Fortbildung. Das Rahmenwerk ist eine Sache, aber Sie müssen den Beschaffern sozusagen die Expertise auch an die Hand geben, also sozusagen innovativ zuzuhandeln und wirklich diesen Rahmen auszufüllen. Und das ist was, was wir von unseren Mitgliedern mitkriegen, die sozusagen schon ein, zwei solche Phasen durchgemacht haben. Die sagen, okay, wir haben jetzt gemerkt, das ist total super, was wir machen. Jetzt müssen wir die gesamte Organisation mitnehmen. Es geht nicht nur, dass es dann eine Beschafferin mit der Zusatzexpertise Nachhaltigkeit gibt, sondern alle müssen das. Das muss in alle Prozessschritte strategisch eingebunden werden. Das zweite, was passiert und das passiert schon und das ist wirklich ein gutes Zeichen. Im April hat die RBA, also die Industrieorganisation der Elektronikindustrie und Dell nach Brüssel geladen. Verschiedene Beschafferinnen aus ganz Europa, weil die gemerkt haben, das ist ein Thema. Das ist ein Markt. Da müssen wir jetzt auch aktiv werden. Das ist schon mal ein ganz gutes Zeichen, dass diese Beschafferinnen, die europaweit schon diese bisher möglichen Sozialkriterien einführen, die Industrie so weit bekommen haben, dass die jetzt sozusagen versuchen, proaktiver zu werden. Das ist schon mal gut. Wann sich das wirklich konkret auf dem Fabrikboden, sage ich immer, umsetzt, das ist immer so eine schwierige Frage, weil sie haben es mit einer Industrie zu tun oder sie haben es mit Lieferketten zu tun bei einem Desktop von ungefähr 30.000 Fabriken oder Zulieferern. Bis sie da wirklich etwas geändert haben, das wird dauern, aber wir sehen schon eine Veränderung und das ist schon mal gut. Vielleicht noch ganz kurz die Sichtweise in Deutschland. Genau, nehmen Sie doch gleich das Mikro. Ja, offen gestanden, das ist jetzt vielleicht gar nicht die deutsche Sichtweise, sondern tatsächlich meine ganz persönliche. Wir gehen diesen Ansatz mit dem Industrieverband Bitkom, diese Verpflichtungserklärung zu verhandeln. Und wenn Sie mal sehen, wie Menschenmassen sich vorwärts bewegen und ich finde, Sie haben das genau in den richtigen Kontext gesetzt. Wenn Sie sehen, wie Menschenmassen sich vorwärts bewegen, dann geht man einen Schritt vorwärts und guckt, ob der rechts mitläuft und ob der links mitläuft. Und das ist in den allermeisten Fällen so. Und dann geht der Erste den Schritt und wenn dann keiner hinterher zieht, dann geht er wieder zurück. Das ist, wie Menschenmassen sich vorwärts bewegen. Und bei diesem Thema sieht man exakt das. Und ich möchte gerne eins nochmal in den Kontext richtig rücken. Wir reden hier ganz viel über öffentliche Beschaffung. Es gibt aber auch die private Beschaffung und die haben dieselben Themen, die haben auch dieselben Risiken zu bearbeiten. Die haben auch dieselben Nachweisproblematiken zu bearbeiten wie die öffentliche Beschaffung. Das, was ich sehe, ist, dass jeder, der privat oder öffentlich anbietet, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen hat, auf sehr ähnlichen Gleisen. Und das heißt, dass wir sehen, dass wir Schritt für Schritt für Schritt alle gemeinsam diesen Weg gehen. Meine feste Überzeugung ist, wir müssen alle in der gleichen Linie laufen. Also wir brauchen nicht Regierungsorganisationen und private Gesellschaft, wir brauchen Industrie, wir brauchen Verbände und wir brauchen zum Thema öffentliche Beschaffung essentiell politische Entscheider, die ebenfalls denjenigen, die einkaufen, den Rücken stärken, wenn dann doch mal was vor Gericht landet. Also meine feste persönliche Überzeugung ist, wir können diesen Weg nur gemeinsam gehen. Ich sehe aber, dass immer mehr Leute den Schritt nach vorne gehen und das wird diejenigen, die hinten stehen bleiben, nötigen, ihn ebenfalls nach vorne zu machen. Die Schweiz eben als Beispiel, Romondi, die da schon etwas nach vorne geht, die Deutsch weiss, wo, glaube ich, gibt es Gespräche mit Deutsch weiss? Noch nicht. Noch nicht. Also unterstrengend auf noch. Wir hoffen natürlich immer. Sehr gut, vielleicht mit dem heutigen Tag ändert sich ja das. Also Sie kennen seine Adresse, seine Telefonnummer, schreiben Sie Peter Paulic. Weitere Fragen, Kommentare aus dem Plenum? Weitere mutige Leute, die einen Schritt nach vorne machen? Ja, du hast es schon mal, aber wenn jemand sonst kommt, gehe ich nochmal zu dir. Sonst erlaube ich mir, kurz Sie anzusprechen. Wir haben vorhin gehört, vielleicht habe ich das falsch interpretiert, im Rahmen der sozialen Kriterien. Haben Sie eine Folie gehabt, wo es im Sinne des Fokus, Fokus auf die sozialen Kriterien ist, in der Phase der Ausführungen. Also dort wollen Sie diese abholen, diese Ausführungsbestimmungen müssen, im Sinne, wie ich sie verstanden habe, gelten diese erst nach der Vergabe. Also das heisst nicht vor der Vergabe. Und das andere ist, Sie schreiben und das nicht, haben Sie, glaube ich, sogar unterstrichen. Sie beeinflussen damit, die Beschaffung nicht. Und ich frage Sie nur jetzt rein aus einkäuferischer Sicht oder von der Gleichbehandlung her, wie machen Sie das, dass jemand vielleicht ökologische, soziale Kriterien drin hat, das in den Preis gerechnet hat. Und dann der andere, der in der Umsetzung zwar ein Konzept vorlegt, das aber noch nicht hat. Wie soll ich das vergleichen? Ich räume aber ein, dass es der richtige Schritt ist, weil es befähigt eben die anderen auch nachzudenken, was ich machen muss. Aber trotzdem meine Frage, wie gehe ich mit diesem Ungleichgewicht um? Sehr gute technische Frage. Das ist, also es sind Vertragsbedingungen. Das heisst, indem ich als Bieterin an diesem Ausschreibungsprozess teilnehme, habe ich denen schon zugestimmt. Wie ich sie dann umsetze, ist nochmal eine ganz andere Frage. Also das heisst, im Grunde haben alle Bieter, die wir bisher gesehen haben in allen Ausschreibungen, wo unsere Vertragsbedingungen dabei waren, grundsätzlich kein Problem gehabt mit den Vertragsbedingungen. Die hatten sehr viele Fragen zum Teil. Die haben dann gefragt, wie sollen wir das, also die organisatorischen Fragen. Aber im Grunde haben alle Bieterinnen immer gesagt, wir werden uns an diese Vertragsbedingungen halten. Und damit ist die Situation, also für mich als Nicht-Jurist, okay. Als Jurist, was sagen Sie? Da muss man jetzt etwas ganz genau im Auge behalten. Zwischen der EU-Vergaberichtlinie 2014-24 EU und unserem neuen BÖB gibt es einen entscheidenden Unterschied. Das ist der Artikel 70 der EU-Richtlinie Vertragsausführungsbedingungen. Da gibt es genau das, was er jetzt in ganzer Breite dargestellt hat. Eine spezifische rechtliche Grundlage. Und darum kann man da auch ganz viel reinpacken, was man vorher in den Spezifikationen, Eignungskriterien und Zuschlagskriterien nicht eingepackt hat. Das ist für uns schwieriger, weil wir diese gesetzliche Grundlage, die im EU-Recht da ist, auch im neuen BÖB so nicht haben. Also das heisst, wir können nicht in gleicher Nonchalance in diesem Gewicht die Vertragsausführungsbedingungen instrumentalisieren, ohne in den klassischen Vergabekriterien nicht auch etwas drin zu haben. Das ist schon ein bisschen die Grenze meines Verständnisses zum Beschaffungswissen, aber ich finde es sehr spannend. Ich denke, viele von Ihnen haben das sicher verstanden. Vielleicht noch einmal zum Abschluss. Haben Sie vielleicht aus Sicht BBL Möglichkeiten, ganz konkret in den nächsten Jahren einen Schritt nach vorne zu tun? Sie haben schon ein paar Beispiele genannt. Vielleicht auch einen Beschaffung. Nein, gut, das können Sie nicht. Aber vielleicht ein Beispiel aus der Vergangenheit. Noch irgendein Highlight, irgendein positives Abschlussstatement? Ja, es ist sicherlich so, dass, ich glaube, Herr Marksteiner hat das schon angetönt, der ganz grosse Erneuerer möglich ist, dass wir überhaupt mit den neuen Instrumenten nach vorne gehen. Also das heisst, dass wir viel früher in den Beschaffungsprozess involviert sind. Wir haben beispielsweise momentan in der Bundesverwaltung die Gruppe HUG, Empfehlung 10, wie gehen wir um im Zusammenhang mit einem beschleunigten Beschaffungsverfahren. Dort haben wir beispielsweise die Marktanalyse drin. Die haben wir heute vier, fünf Mal gehört. Und wenn ich diesen oder diese Nachhaltigkeitsaspekte anschaue, müssen wir viel früher rein in den Prozess. Das heisst, es geht weg von der reinen Vergabe- oder Beschaffungsstelle hin zu einem ganzheitlichen Prozess. Das ist vielleicht das Statement, das ich abgeben kann. Sehr gut. Also ich würde vorschlagen, lassen wir das so stehen bei einem ganzheitlichen Ansatz. Das ist immer doch ein positiver Ausblick. Ganz vielen Dank an die Herren, an die Dame für das spannende Gespräch da vorne. Ich hoffe, auch Sie konnten einige Punkte mitnehmen. Ich darf Sie wieder bitten, Platz zu nehmen für so die Schlussrunde. Noch mal einen Applaus bitte oder überhaupt einen Applaus. Gut, das war es jetzt leider schon wieder für dieses Jahr mit der IT-Beschaffungskonferenz. Das war ja die achte. Also irgendwie fühlt man sich schon fast wie eine kleine Familie oder eine grosse Familie. Das Familientreffen nimmt ein Ende. Wir haben, wie gesagt, verschiedene Dankesworte, die ich noch aussprechen möchte. Erstens mal an das Programmkomitee. Sie sehen, die Herren da oben, das sind Leute, die sich eben im Vorfeld sehr engagiert haben, für gute, spannende Referate zu kriegen. Sich auch noch mal konzeptionell Gedanken gemacht haben. Was macht Sinn, was ist aktuell? Ich denke, also ich hoffe, dass auch Sie dieser Meinung sind, dass der heutige Tag gezeigt hat, doch, das hat sich gelohnt, diese Ideen zusammenzubringen. Wenn Sie selber Interesse haben, in einer oder anderen Form mitzuwirken, melden Sie sich. Wie gesagt, ein bisschen Frauenpower würde uns nicht schlecht tun. Wenn nicht gut, wäre nicht schlecht. Dann möchte ich operativ danken für das ganze Team der Forschungsstelle Digitale Nachhaltigkeit. Das sind diese 20 mehrheitlich jüngeren Menschen als ich. Sie waren den ganzen Tag unterwegs. Sie haben sie gesehen, in der einen oder anderen Form, auch im Vorfeld schon. Und von dem her ganz vielen Dank auch an diese Personen. Und besonders, wo ist sie, die Stefanie? Ich habe ihr gesagt, sie soll nach hinten kommen. Wo ist sie? Ah, da oben. Ah, okay. Dann muss ich jetzt trotzdem noch schnell nach vorne kommen. Weil, damit ihr alle noch die Stefanie Weilmann seht, ganz grosses Merci. Und dann in dem Fall auch einen ganz grossen Applaus für Stefanie, die den ganzen Tag heute gemeinsam hat. Danke. Sehr gut. Also, das ist auch die Leiterin unserer Weiterbildung. Von dem her dazu noch ganz am Schluss nochmal den Hinweis, wie gesagt, wenn Sie auch nach diesem eintägigen Anlass weiter sich informieren möchten, wir bieten ab nächstem Jahr diese CS- und TS-Kurse an, wo auch Sie von Stefanie Weilmann dann begrüsst werden. Und wie gesagt, eben in Teleprocure testen Sie es mal selber aus. Ich denke, ein Test ist es wert. Von dem her, wir haben es geschafft. Vergessen Sie das Feedback nicht. Feedback einerseits über die App oder sonst noch morgen per E-Mail. Und jetzt geht es gleich zum Apero. Nächstes Jahr wieder ein bisschen für das Jahr. Ich hoffe, die Zürcher verzeihen es, dass es noch die Fern sind. Aber ein bisschen Fernstimmung ist ja auch hier auch heute gewesen. Von dem her, geniessen Sie jetzt den Abend noch und dann bis nächstes Jahr. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank.